Also herzlich willkommen heute zu unserem Vortrag. Es freut mich sehr, ich möchte alle im Raum begrüßen, auch die Zuseher zu Hause, die im Livestream dabei sind und auch in späterer weiterer Folge das sehen können. Mein Name ist Norbert Lambing, ich bin Geschäftsführer und Gründer von Grumunio. Ich habe mir in Vorbereitung auf den Vortrag eigentlich die 45 Minuten für mich vorbereitet. Erfreulicherweise ist aber diese Woche was Schönes passiert. Ich konnte das Team weiter ausbauen und am Mittwoch einen neuen CTO bestellen. Es freut mich sehr, weil der ist heute hier auch anwesend. Er kann viel detaillierter auch als Partner, als langjähriger Partner und als neuer CTO euch durch die Technik durchführen, auch wenn Fragen aufkommen, euch zur Seite stehen. Und ich werde mich jetzt wieder zusetzen und ich möchte mich bedanken und ich freue mich sehr, der Michael Kromer ist ein Visionär. Es freut mich sehr, dass er als Team dazugekommen ist und wird uns Grumunio auf das nächste Level setzen. Danke. Ja, danke für diese sehr, sehr nette, übertriebene, muss ich sagen, Einleitung. Ja, mein Name ist Michael Kromer. Ich bin seit Mittwochabend in dieser Rolle. Das bedeutet, dass ich natürlich noch nicht alles wirklich vollumfänglich beantworten kann, aber ich tue mein Bestes. Wer mich kennt, der weiß, dass ich in diesem Feld der Groupware seit über 15 Jahren aktiv bin. Und ich habe diese Entscheidung, zu Grumunio zu kommen, nicht leicht getroffen. Denn ich habe nicht nur gute Seiten der Groupware-Welt feststellen dürfen, es gab auch einige Täler der Tränen, sage ich jetzt mal. Ich muss allerdings sagen, dass Grumunio, wie es sich entwickelt hat und ich habe das aus der nahen Ferne, wenn man das so sagen kann, beobachtet. Und das, was geschaffen wurde, vornehmlich von den Entwicklern, ist höchst beeindruckend. Denn Grumunio ist, wie gesagt, mit 15 Jahren Erfahrung, meiner Überzeugung nach, eine der wenigen wirklich echten Alternativen, die es auf dem Markt gibt. Und wenn wir zu dem Thema Alternativen kommen, wäre es vielleicht wichtig zu verstehen, woher es kommt. In den 70ern bis in den 2000ern gab es noch das geflügelte Wort, nobody ever got fired for buying IBM. Wer da so ein bisschen älteres Semester ist, und dazu zähle ich mich mittlerweile, der weiß, ja, alles, was IBM anging, wenn jemand das gekauft hat, der hat gewusst, das war das Maximale, was rauszuholen war. Wir sind aktuell in einer Phase, in der es Microsoft gelingt, Menschen, ja, forciert in eine Welt zu bringen, zumindest im Enterprise-Markt, ihre Produkte einzusetzen. Und diese Produkte sind mittlerweile aufgrund der veränderten Strategie von Microsoft, die in der Cloud anzutreffen. Stichwort M365, O365. Und man kann sich jetzt drüber echauffieren, aber der Fakt ist normal, wenn es so schlecht wäre, wird es ja keiner kaufen. Also der Fakt ist, das, was gebaut wurde von Gromunio, ist eine Alternative zu dem, was Microsoft jeden Tag anbietet. Und wenn man Alternativen bieten will, dann sollte man auch vernünftige Alternativen anbieten können. Und es gibt andere Marktbegleiter. Die anderen Marktbegleiter haben ihre Stärken und ihre schwächen. De facto ist es aber so, dass im wirklichen Open-Source-Umfeld Gromunio weit heraussticht. Eines der Prinzipien, die ich sehr schön fand, war, dass die Grundlage in Open-Source, die Zusammenarbeit vieler, ist der Schlüssel zu erfolgreichen Unternehmungen. Und dieses Event ist das gelebte Beispiel davon, was die Zusammenarbeit bewirken kann. Linux ohne Gemeinschaft ist nichts. Es gab einen Anstoß und dieser eine Anstoß hat eine ganze Community um sich geschart. Und diese große Community, die sich mittlerweile weltweit entwickelt hat, oder was heißt mittlerweile, schon seit Ewigkeiten weltweit ist, wir reden hier immerhin beim Linux-Kernel vom größten Softwareprojekt der Welt. Da kann keine Microsoft, keine Intel, kein sonst irgendwer, auch kein Red Hat alleine mitmachen. Natürlich ist Red Hat ein starker Spieler in der Open-Source-Welt und Canonical und wie sie alle heiß mögen. Aber im Group-Ware-Feld kann ich nur so viel sagen, hat man sich einige blutige Nasen holen können. Man möge sich vielleicht an die ScaleX-Zeit zurückerinnern, wer das Produkt noch kennt oder an sowas wie Colab. Alles grundsätzlich gute Produkte, aber sie haben in entscheidenden, wichtigen Kernbereichen nicht das liefern können, was die User, Business-User, Organisations-User, dort wo halt wirklich auch Features so gewöhnlich geworden sind, also gewisse Features in der Group-Ware-Kommunikation so gewöhnlich geworden sind, dass die User darauf nicht mehr verzichten wollen. Denn es hat ja auch mit Produktivität zu tun. Das heißt, Fakt ist, Microsoft Exchange, Exchange Online und M365 dominieren den Markt. Punkt. Da kann man nicht viel hinzufügen. Wenn Sie sich die Market-Share-Analysen von Gartner und Konsorten anschauen, dann ist das ein weit dominierender Faktor. Ja, es gibt noch andere Anbieter. Diese Anbieter haben aber genau das, was Microsoft letztendlich so erfolgreich macht. Sie haben dieses Edge on top. Sie haben native Protokolle wie MAPI, HTTP. Das ist nun mal das Protokoll, mit dem Microsoft Outlook spricht. Das ist einfach Fakt. Das ist das Protokoll. Und wenn Sie M365 machen, spricht Ihr Outlook immer noch, falls Sie Outlook nutzen sollten, immer noch mal ab Ihr HTTP mit der Cloud. Und zukünftig wird es auch Entwicklungen in Richtung Graph geben oder gibt es auch heute schon. Und wer heute an seine E-Mail mit SugarCRM oder SAP an seine Groupware anbinden möchte, weil er vielleicht sagt, hey, ich möchte meine Kommunikation, die ich als E-Mail erhalte, vielleicht auch importieren. Und ja, IMAP ist halt so lala und Termineinladungen. Funktioniert alles nicht so. Dann brauche ich halt etwas, was der Marktführer geschaffen hat. Nämlich Protokolle, die auch das anbieten können. Ein Beispiel davon ist Exchange Web Services. Und auch während das alles so gut klingt, es gibt einen Mann, dem möchte ich persönlich sehr, sehr danken. Und der Name ist Georg Grewe. Georg Grewe ist jemand, dem wir hier auch einfach ein großes Dankeschön ausrufen können. Deswegen solltest du zusehen. Hallo Georg. Denn er war derjenige, der die Antitrust gegen Microsoft angeführt hat. Und diese Antitrust hat dazu geführt, dass Microsoft dazu verpflichtet wurde, die Spezifikationen zu den Exchange-Protokollen zu veröffentlichen. Und während man bei Microsoft alles dokumentiert hat, gibt es dann immer die Theorie und die Realität. Alleine an diesem Beitrag können Sie sehen, dass während Microsoft Dinge dokumentiert hat, decken die halt nicht all das ab, was die Realität ist. Sprich, Microsoft hat auch ein bisschen an ihrer eigenen Dokumentation vorbei implementiert. Was es natürlich umso schwieriger macht, wenn man so etwas nachimplementieren möchte. Sprich, die Protokolle, um die es geht, da gibt es keine Gefahr von irgendwelchen, sei jetzt mal proprietären, patentierten oder sonst irgendetwas. Es ist nur sehr viel Arbeit. Und zwar 8000 Seiten plus Arbeit. DIN A4 wohlgemerkt. Und die Schrift ist wirklich klein. Und das ist etwas, wo man sagen muss, von diesen 8000 Seiten hat den Großteil Grumonio implementiert. Und das ist für sich schon genial. Aber nicht nur, um den Groupware-Anteil abzudecken, der der Kern von Grumonio ist, gibt es auch noch Erweiterungen wie zum Beispiel Meet, Chat, Files in Office, Archive und MDM. Denn Grumonio hat sehr früh erkannt, dass ich zwar eine Exchange-Alternative bieten kann, aber wenn ich eine reine Exchange-Alternative, ja, wo geht es dann weiter? Wie sieht es aus mit Teams? Wie sieht es aus mit File-Sharing? Wie sieht es aus mit Chat? Das sind alles Funktionen, die wir heute als gegeben erachten. Und fragt euch mal oder fragt mal IT-Systemhersteller, Systemhäuser, die halt diese Dinge dann integrieren dürfen. Das ist manchmal einfach nur mit Krücken zu bauen. Und selbst wenn man jetzt sagt, hey, ich verwende ein IMAP. Gut, wie sieht es dann mit Kalendern aus? Wie sieht es mit Termineinladungen aus? Die Termineinladungen sind dann vielleicht auf dem Rechner, aber nicht auf dem Handy. All diese Themen kommen halt zum Tragen. Wie mache ich dann Meetings? Ja, Meetings haben wir keine Ahnung. Webex oder sonstiges. Bei Chat, ja, gibt es Rocket Chat, Mattermost und was ist nicht was. Und die Mission von Grumonio, die haben sie, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt, ist das wirklich daraus einen gesamten Lifecycle zu machen. Also wirklich einen User mit all seinen kommunikativen Aufgaben zu bedienen. Und diese kommunikativen Aufgaben zu bedienen, wie ich schon bereits angemerkt habe, ist ganz die Grundlage dessen, eine Kompatibilität zu bieten. Diese Drop-in-Replacement-Thematik ist nicht leicht definiert. Denn Drop-in-Replacement ist ein sehr hohes Gut. Drop-in-Replacement bedeutet, der Benutzer merkt nicht, dass sich am Ende etwas getan hat. Und bei Microsoft Outlook merken Sie sehr schnell, wenn Sie keinen Exchange haben. Sie können auch ein IMAP-Konto einbinden, dann ist das halt IMAP. Wenn Sie Kontakte und Kalender anlegen, dann sind die halt nur in diesem einen Outlook fertig. Wenn Sie irgendein anderes Protokoll anbinden außer Microsoft Exchange, werden Sie auch Probleme haben. Zum Beispiel EAS. Es gibt einen Mettbewerber, der hat es am eigenen Leib erfahren, dass EAS nicht gerade die beste Grundlage ist, um Outlook anzubinden. Letztendlich native Interfaces, das ist die Lösung. Und zwar für so ziemlich alle Produkte, die man im Kommunikationsspace antrifft. Und das ist die Mission, die er sich im Grommunio verschrieben hat. Und deswegen auch der Release von EWS als Feature. Und ich bin ganz offen. Ich war selbst ein enormer Skeptiker. Denn aus meiner eigenen Vergangenheit, aus 15 Jahren kann ich sagen, dass dieser Versuch bereits unternommen wurde, EWS zu implementieren. Und EWS ist als SOAP-basiertes Protokoll, als XML-basiertes Protokoll, es ist sehr modular. Also ich kann mich dazu entscheiden, ich möchte nur die E-Mails implementieren oder ich möchte nur den Kalender implementieren. Also ich habe da die Möglichkeit, so mir auszusuchen, was ich vielleicht implementieren möchte. Die Problematik ist, die Clients wissen davon nichts. Wenn also ein EWS-Client einen Kalendereintrag abschicken möchte und sagen möchte, bitte speichere das für mich, dann wird dieser Client, wenn der Server das nicht unterstützt, potenziell sogar abstürzen. Und das ist was, was wir den User natürlich nicht machen wollen oder was wir den User nicht antun wollen. Kurzum, ich war sehr skeptisch, ob es zu EWS kommen wird und ich kann selber sagen, ich nutze es selbst. Also das ist unglaublich gut geworden, EWS und es ist die einzige Open-Source-Implementation eines EWS-Servers weltweit. Und nebenbei gesagt, sie ist auch besser als so manche proprietäre Implementation, wenn ich mir diese Kommentar noch erlauben dürfte. Sprich, es gibt andere Hersteller, die früher zum Beispiel mal Open-Source waren, sich dazu entschieden haben, eben den Weg nicht mehr zu beschreiten. Und ja, die Implementation, die sie selbst im Closed-Source gemacht haben, die ist halt ja nicht verwendbar, auf Deutsch gesagt. Genau, fully featured ist auch ein Thema. Es ist natürlich sehr wichtig, wenn ich einen E-Mail-Client habe und jeder User verwendet es anders, weil jeder hat auch eine andere Art der Organisation. Der eine verwendet Kategorien, der andere verwendet Flags, der andere sortiert viel, der andere verwendet Suchfolder. Die Nutzung dessen, was der Client einem bietet, ist sehr weitläufig und auch unterschiedlich. Nehmen Sie zum Beispiel einen Client wie E-M-Client, ein voller EWS-Client. Der funktioniert vom Grundprinzip her komplett anders als Microsoft Outlook. Und es ist ein guter Client, wenn man auf die Arbeitsweise eingestellt ist, dann macht der auch Spaß. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich mag Web-Clients, ich kann damit viel besser umgehen, ich habe alles in einem Tab, perfekt. Das heißt, wir versuchen nicht, den Benutzer zu forcieren in irgendeiner Art und Weise, du musst aber so arbeiten. Denn das bringt zumindest meine Vergangenheit mit, ist dann irgendwann einmal nicht von Erfolg gekrönt. Grommunio geht den Ansatz. Wir wollen das, was der Client bietet, auch unterstützen. Das, was der Benutzer ausführen möchte und im Rahmen des Clients zur Verfügung steht, das soll er ausführen können. Und das ist sehr, sehr komplex. Wir haben natürlich dementsprechend auch eine Architektur innerhalb von Grommunio, die muss sehr modular sein. Und das ist sie bei Design. Es gibt von Grommunio Apps, die gewisse Funktionalität zur Verfügung stellen, zum Beispiel für Chat und für Videomeetings. Finden sie in App Stores, also Apple und Play Store, also Google. Dann gibt es eine Anbindung für iMac Pop 3. Denn zum Beispiel wir selbst, wir sind nicht nur 100% Open Source, wir möchten auch in diese Open Source Welt genauso auch mit was zurückgeben, da wir es ja auch nutzen. Und unter anderem wir nutzen Samad als Ticketsystem. Auch da wirklich tolles Ding. Man bindet es halt per iMac an. Per iMac oder Pop 3. Wie sieht es mit Kalenderkontakte aus? Kal-Kartdav. Es gibt verschiedenste Software, die sagt, zum Beispiel Besprechungsraum-Software, die automatische Buchung gemacht. Dafür ist Kal-Kartdav sehr gut. Es gibt ein Web-Interface, es gibt natives EAS 16.1 ActiveSync, was bedeutet, das ist die aktuelle Fassung des Protokolls von Microsoft. Es gab im Rahmen des Open Source-Projektes Z-Push, gibt es eine andere EAS-Implementation. Diese ist allerdings, ich glaube, 14.0 oder 14.1. Und von der Maintenance her scheint es ja nicht mehr so wirklich gepflegt zu werden. Und dann haben wir halt eben den Anteil mit MAPI, HTTP und EWS, um die Windows-Welt abzudecken, aber auch alles, was auf anderen Plattformen rumkreucht und fleucht. MAPI HTTP ist relativ exklusiv für Microsoft Outlook. Aber wenn Sie zum Beispiel Mac haben und auf dem Mac Outlook for Mac verwenden oder auch die nativen Apps, sprich Mail, Calendar und Contacts, dann spricht es immer EWS. Aber dann gehen wir, weil wir sind ja hier immer schließlich bei den Grazer Linux-Tagen, sprechen wir über Linux, Novell, Evolution, wer den kennt, KDE-Contact oder auch Ihre native Anbindung, die Sie drin haben in Ihrem Gnome. Wenn Sie da einen Microsoft-Exchange-Server-Typ auswählen, dann spricht das Ding EWS. Das heißt, Gromonio ist de facto für die Linux-Welt, für die Linux-Client-Welt der einzige Backend-Server, der fully featured ist. Die Core-Communication von den Realms her ist das, was unser Herz ist. Dieses Herz bedeutet E-Mail, Kalender, Kontakte, Tasks, Notes. Das ist das, was die meisten Menschen tagtäglich in ihrer Arbeit nutzen oder auch in ihrer Organisation, ihrem NGO, sonst irgendwas. Einfach irgendwas, was jetzt businessorientiert ist. Aber selbst im privaten Bereich hält es immer mehr Einzug. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe drei Kinder, ich habe eine Frau und wenn ich mit der irgendwelche Termine ausmache und ich nicht mit dem Kalender arbeiten kann, dann bin ich verloren. Das klappt nicht. Also selbst privat nutze ich so etwas. Und sie mit Sicherheit auch. Es werden in irgendeiner Art und Weise sich den Kalender immer wieder austauschen, dann kann halt die Frau mal schauen, muss nicht anrufen. Ja, wunderbar, du siehst, ich habe einen Termin. Da wirst du bitte keinen neuen Termin hinlegen oder mich fragen, ob ich da Zeit habe oder sonst was. Es sind halt so diese Real-World-Problems, die sich dadurch so lösen lassen. Wichtig allerdings ist, in der Core Communication gibt es auch den Anteil mit einer zentralen API. Wie ich meine, sehr, sehr gelungen. Die API ist in Python und steuert letztendlich sowohl den Kern als auch die Module. Sprich, Grummonio Files, was auf Nextcloud basiert, Grummonio Meet, was auf Jitsi basiert, Grummonio Chat, was auf Metamos basiert. Das sind alles, ich würde es mal als Curated Forks bezeichnen. Also das heißt, da ist keine komplette Entkopplung vom Upstream-Projekt, das Ziel. Denn die Jungs machen was Tolles. Sondern wir verbessern und veredeln das. Sprich, wir integrieren es auch besser. Was wiederum auch eine Upselling, nennen wir es mal so, Opportunity für eben genau diese Produkte und Hersteller gibt. Und das ist eben der Teil der Auxiliary Communication, die sich halt an die API von der Core Communication flanscht. Und sehr wichtig, Enterprise Security and Compliance. Wir haben so kleine Namen wie eine T-Systems als Systemhaus, als Partner, als Platin-Partner. Und Sie können davon ausgehen, dass eine T-Systems, die unter anderem auch die Bundeswehr sogar direkt betreut und viele andere, dass die durchaus ein gesteigertes Security-Empfinden hat. Und es gibt einen sogenannten PSA-Prozess, Privacy and Security Assessment. Der wird auch in der OTC durchgeforscht. Welches Produkt das nicht schafft, kommt auch nicht rein. Dann geht es auch so ein bisschen um die Core-Values. Was macht Grommonio aus? Erstens Open Source. Nicht Open Core. Wirklich Open Source. Wir wissen sicherlich, oder viele von Ihnen hier wissen, dass Open Source leider auch oftmals als Vehikel verwendet wird. Es wird so, ich nenne es jetzt mal greenwashed im Open Source-Sinne. Denn Open Core ist halt nur mal Open Core und Open Source ist Open Source. Das heißt, jede Zeile Code, die in der höchsten Edition von Grommonio ist, als auch in der kleinsten Edition, steht offen und transparent für jedermann zur Verfügung. Damit ist es auch vollständig auditierungsfähig. Dementsprechend ist es auch OSI-zertifiziert. Es gibt keine Telemetrie, kein gar nichts. Ich kann es offline, online, on-premise. Ich kann es in die AWS-Cloud schieben, wenn ich lustig bin. Ich habe damit volle Handlungsfreiheit. Und wir wissen alle, Handlungsfreiheit ist das, was die Softwarehersteller zunehmend einschränken. Man möge zum Beispiel an die Hersteller wie Atlassian denken, die einfach sagen, haha, wozu brauchen wir On-Premise-Produkte? Wir schieben jetzt einfach mal alles in die Cloud. Die Leute kommen schon mit. Das ist ein Problem. GDPR, CCPA, was auch immer das ist, ich muss zugeben, das weiß ich nicht. Und E-Privacy Compliant, sprich alles, was im Sinne von Datenschutz zu betrachten gibt, ist damit abgedeckt. Die Daten stehen vollständig unter ihrer Kontrolle zu jeder Zeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es gibt Security. Ich habe mitbekommen, dass es sogar Bounty-Runs gab, also sprich Preisgeld für das Auffinden von Security-Issues gemacht worden sind. Und eben die digitale Souveränität. Die digitale Souveränität ist das, was Ihnen wirklich auch die Freiheit zurückgibt. Sie können sagen, wenn Sie es bei einem Betreiber zum Beispiel laufen lassen, Sie wollen es bei dem Betreiber nicht laufen lassen, Sie können entscheiden, Sie wollen es On-Premise machen. Sie haben alle Flexibilität der Welt. Dann haben wir das Thema, was ich schon angesprochen hatte. Modularität ist sehr wichtig. Denn Modularität ist aus dem Grund von tragender Bedeutung, wenn Sie integrieren wollen in andere Systeme, dann kommen Sie nicht drum rum, dass diese Systeme auch über verschiedenste Protokolle angeboten werden können. Was ich damit sagen, wer auf einfache Weise ist, wenn ich einen kompletten Monolithen habe, dann habe ich keine Möglichkeit, eine gute Erweiterung dazu zu bauen. Es wird immer nur eine Erweiterung sein. Wenn das Grunddesign von Haus aus schon modular ist, dann habe ich, wie zum Beispiel bei der Microservices-Architektur, die Grundlage, dass jedes Modul wie ein Modul funktioniert und das gesamte Environment lässt sich damit auch austauschbar machen. Und diese Modularität ist genau gegeben. Sprich, wir haben auch Kunden, die laufen nicht mit Grommunier-Files auf Basis von Nextcloud, sondern Grommunier-Files auf Basis von Oncloud. Das ist kein Problem. Dann haben wir das Thema Open Source. Habe ich, glaube ich, sehr klar dargestellt. Auditierungsfähigkeit, 100 Prozent. Es gibt keine versteckten Türen. Es ist unglaublich skalierbar. Aus meiner Vergangenheit heraus, ich habe mit Microsoft selbst zusammengearbeitet und umso mehr freut es mich, dass es auch Grommunier tut. In meiner Vergangenheit bei Microsoft war es so, dass es gewisse Toolsets gab. Diese Toolsets wurden teilweise vom Markt genommen. Einfach aus dem Grund, weil viel Schindluder unter Anführungsstrichen damit getrieben worden ist. Im Rahmen von wirklich Profis, die damit umgehen, hat man aber Vorteile. Diese Vorteile liegen darin, ich kann ein Produkt testen, ich kann es benchmarken, ich kann sehen, wie verhält es sich gegenüber dem Original. Und hier macht Grommunier einen erstaunlich guten Job. Und zwar teilweise einen sogar besseren als Microsoft selbst. Ein Beispiel liegt an der EWS Performance. Die EWS native Performance bei Microsoft Exchange kann, je nachdem, was das Environment ist, aber grundsätzlich kann es bis zu den 240, also 240 Prozent, also den 2,4-fachen an Performance bringen. Das Environment ist allerdings wichtig. Und es gibt auch Dinge, die bei Grommunier fehlen. Queuing Mechanismen zum Beispiel. Da gibt es durchaus einige Sachen, die zu arbeiten sind dran. Aber was einfach wichtig ist, ist, Skalierbarkeit muss im Kern schon existent sein. Für diejenigen, die vielleicht auch ein bisschen aus der Historie kommen oder ein bisschen Historie in dem Bereich haben, Open Change war mal ein echt interessantes Projekt. Es wurde angeführt von einem Franzosen, Julien Curiel war sein Name. Und der hat wirklich tolle Dinge gemacht. Der hat auch mit der Samba-Community intensiv zusammengearbeitet. Denn Grommunier muss auch in Teilen auf RPCs basieren. Oder das ist eigentlich die Grundlage von MAPI-RPC. Und RPCs sind halt schon implementiert in der Samba-Welt. Einfach gesprochen, das ist ein bisschen komplexer als das. Aber die Realität ist es, dass Julien Curiel, so gut er war und so ehrgeizig und so weiter, hatte irgendwann einmal einen Punkt, viele Jahre, ich glaube es waren sieben Jahre, danach gemerkt, dass er eine falsche Architektur gewählt hat. Und das nicht mehr ohne einen Komplett-Rewrite stemmen könnte. Ich persönlich bin der Überzeugung nach dem, was ich selbst gesehen habe und wie es auch funktioniert und auch in welchen großen Umgebungen und auf Basis dieser Benchmark-Utilities, kann man durchaus sagen, dass Grommunier seine Hausaufgaben gemacht hat. Die Architektur ist sehr gut, die Architektur ist optimiert und sie soll sogar noch, da darf ich noch nicht zu viel sagen, sie soll noch wesentlich noch improved werden. Und zwar geht es darum, dass individuelle Stores auch mehrfach zugreifbar gemacht werden sollen. Also da passiert sehr viel. Und eben die native Kompatibilität, habe ich bereits, glaube ich, intensiv beleuchtet. Kurzum, worum geht es bei Grommunier? Es ist basiert auf den Spezifikationen. Und zwar nicht nur den Microsoft-Spezifikationen, also sprich diese MSOX irgendwas, sondern auch die Spezifikationen, die eben per RFC ausgegeben werden. Und es gibt nicht nur IMAP-RFC, einen einzelnen IMAP-RFC, es gibt viele IMAP-RFCs. Ja, also auch von verschiedensten Extensions, die gemacht werden. Und das ist das Ziel von Grommunier, eben diese Protokolle zu unterstützen. Nicht nur in der Microsoft-Welt. Grommunier versteht sich als eine Brücke zwischen den Welten. Das heißt, es muss nicht mehr immer nur Microsoft sein, es muss auch nicht nur eine potenziell schlechtere Software sein, die halt den Funktionsumfang hat, sondern wir versuchen diese Brücke genau zu schließen mit unserem Produkt. Efficient Coding, der Einsatz von C++ im Hauptteil, sowie PRP8. Und jetzt, glaube ich, ist mein Audio weg. Test, Test. Soll ich warten? Hey, you heard me? Ah, okay. Genau, also der Einsatz von effizienten Programmiersprachen ist da wichtig. Und um mal so einen kleinen Vergleich zu haben. Darf ich fragen, so eine Runde, bitte Hand hoch. Wer von Ihnen hat schon mal einen Exchange installiert? Es sind doch ein paar. Mag jemand vielleicht mal sagen, wie groß die ISO von nur Exchange ist? Ah, nicht ganz. Aber es ist im Gigabyte-Bereich. Nur Exchange, kein Betriebssystem. Ja? Sprich, rein nur Exchange. Compiled. Und haben Sie sich mal angeschaut, wie groß Grommunier ist? Da ist aber ein Betriebssystem jetzt, wenn man die Appliance zählt, mit dabei. Ungefähr 700 Megabyte. Passt sogar noch auf eine alte CD. Das ist ein enormer Größenvergleich. Und das liegt auch daran, dass die Abstraktion, die halt in Exchange drin ist, enorm ist. Wer auch Exchanger hier kennt, hier gab es ja einige Wortmeldungen, oder einige Meldungen, der weiß auch, wenn ich ein Upgrade machen will von einem Exchange, dann ist das de facto eine Komplett-Deinstallation und eine Komplett-Neuinstallation. Mit demselben Daten fahren, allem drum und dran. Aber effektiv, was er macht, ist es, rausreißen, neu rein tun. Das ist das, was er tut. Und das selbst bei nur einfachen CUs, also Cumulative Updates. Sprich, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, Microsoft hat nicht unbedingt auf der Effizienzseite gewonnen, was das angeht. Also es hat, und deswegen auch zugegebenermaßen, Exchange gibt es halt schon auch ein paar Jährchen. Ja, also die Historie geht zurück bis zu 5.5, also sprich in den 90ern. Und die haben halt auch viel Bloat mit Sicherheit mit an Bord. Test-Driven, sprich, dass einfach jedes Release automatisch getestet wird, aber auch mit manuellem Labor noch dazu und Quality. Ja, man nutzt halt einfach die Mechanismen der heutigen Zeit, um dafür zu sorgen, dass die Qualität bei Grommunio hochgetrieben ist. Wobei, ich bin ja nicht aus Jux und Tollerei. Ich sage es offen, mein Ziel ist es auch, genau diese Bestrebungen zu verstärken. Denn Qualität ist wichtig und ohne Qualität geht es nicht. Vor allem im Enterprise-Markt nicht. Und man muss sagen, ich weiß es nicht, dreieinhalb Jahre oder was, so lange wie Grommunio existiert, ist es schon enorm weit. Ja, und ich hoffe mit meiner Kompetenz, zumindest auch im öffentlichen Bereich, im Security-Bereich, auch wo wirklich eine Zahl der Code was kaputt machen kann. Und zwar richtig desaströs, dass ich meinen Input dazu liefern kann. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, Grommunio zu unterstützen. Was immer die Frage ist, ist, was sind eure unique selling points? Ja, first open source MAPI, HTTP und EWS Implementation. Es gibt keinen, der das hat. Macht die Konkurrenz überschaubar. Zweitens, es ist tatsächlich nicht nur MAPI, HTTP und EWS, sondern es gibt so ein paar geniale Features, die nicht mal Exchange kann. Es gibt das Multi-LDAP. Wir selbst, ich sage das noch aus meiner alten Situation, wir haben das auch eingesetzt. Wir haben gehostet. Wie gesagt, ich komme vom Partner. Und unser Fall war halt einfach der, dass man gesagt hat, okay, ich muss für 10 Kunden, 20 Kunden hier, 50, also User, 10, 50, 20 User, muss ich jetzt im Endeffekt separate Systeme aufsetzen. Das ist ja Wahnsinn. Der Overhead, der dadurch entsteht, ist ja enorm. Das muss ich ja im Betrieb auch in irgendeiner Art und Weise realisieren. Multi-LDAP ist das einzige auf diesem Planeten, was existiert, wo ich sagen kann, Kunde 1 hat LDAP A, Kunde 2 hat Univention, Kunde 3 hat Active Directory und man kann die komplett alle mit einem System anbinden. Das ist für Hoster phänomenal. Es gibt nichts, Entschuldigung, Geileres. Unique Scalable API Implementation in den Benchmarks, die ich zumindest oder wir in ehemals Form ausgeführt haben, zeigen, dass auch 100.000 User kein Problem dastehen, auf einer einzigen Instanz. Gute Hardware vorausgesetzt natürlich. 100.000 User mit Exchange? No way. Und eben Provider of Native Protocols, sprich MAPI HTTP, RPC over HTTP, EAS 16.1 in der neuesten Version, zertifiziert sogar von Microsoft. Web RTC, Web Sockets, alle diese Protokolle, die halt heute für den jeweiligen Einsatzzweck den besten Nutzen bieten, das wird durch Gromonier geboten. Single Point of Entry ist auch noch ein wichtiges Thema. Es gibt viele Hosted-Lösungen, die arbeiten dann so auf V-Host Basis. Also ich habe da V-Host 1, V-Host 2, V-Host 3. Das kann ich dann durch Reverse Load Balancer und so weiter. Wenn Sie es mal als Cloud Provider gemacht haben, glauben Sie mir, da kriegen Sie die Kretze. Kurzum, Gromonier bietet das als SPOE. SPOE bedeutet, die Terminologie zu sagen, hey, ich habe One Entry Point und darüber habe ich alle Protokolle zur Verfügung stehend. Und einen Access Point. Also sprich, wenn Sie zum Beispiel auf, das werden wir auch jetzt in naher Zukunft, habe ich mir sagen lassen, freischalten, mail.gromonio-demo.com, da werden Sie das live erleben. Denn Sie können mail.gromonio-demo.com nehmen und dann kommen Sie auf die Web-Oberfläche. Sie können Slash Files machen, da kommen Sie auf Gromonio Files drauf, Slash sowieso. Also es ist ein Host Realm oder kann beliebig viele Host Realms haben. Es kann ja auch sein, dass Sie mehrere Domains, dementsprechend auch mehrere Installationen auf einem System hosten. Und all das lässt sich durch SPOE eben lösen. Clustering, es funktioniert mit den richtig heftigen Cluster-Systemen a la, ja, Pacemaker und Kodosync. Die Compliance ist super. One DB per User, auch wichtiges Thema, was ich schon gesagt habe. Es ist kein monolithisches Thema. Also ich habe nicht diese Skalierungsprobleme wie bei einem Exchange. Exchange arbeitet halt klassisch nach dem sogenannten Database Availability Group Schema. Und eine DAG ist nichts anderes, außer eine große, nennen wir es mal Partition. Und in dieser Partition sind viele Mailboxen drin. Aber ich muss das Ding wie ein Tanker immer als Ganzes verschieben. Ja, in der Hybrid-Welt kann ich auch einzelne Mailboxen verschieben. Das ist auch möglich. Aber in der Skalierung ist es nicht unbedingt sinnvoll, tausend einzelne Mailboxen anzufassen, vom Microsoft-Gedanken her, sondern zu sagen, naja, ich mache lieber eine Database Availability Group, mache dafür ein Passive Setup. Die Idee ist nett, aber in der Praxis, wenn Sie ein paar tausend User hosten, ist eine DAG eher problematisch, auch von der Replikation her, als ein Vorteil. Dieses One DB per User Konzept bei Gromonio hat enorm viele Vorteile. Denn ich kann aussuchen, was ich darunter haben möchte. Ich kann ButterFS nutzen und das mit Snapshots machen. Ich kann LVM-Snapshots verwenden. Ich kann hintenrum auf einer NetApp Snapshots machen oder auf einer ZFS vollkommen Latte. Und ich kann sie auch separat in verschiedene Gruppen speichern, wenn ich das möchte. Also ich kann verschiedene Volumes bauen, ich kann die aufteilen, ich kann auch verschiedene Sub-Entry-Regeln machen. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, was sich mit Gromonio damit abbilden lässt. Governance, also das heißt, Verschlüsselung ist damit auch transparent möglich, was bei einer DAG nur funktioniert, wenn ich Microsoft eigene Mechanismen dazu verwende, die nicht in Exchange wiederum sind, also klassisch Data Encryption on Rest, Data Rest Encryption, sprich At Rest meine ich. und ja, Security bei Techniques for Dropping Escalated Privileges, sprich da läuft nichts als Root. Da gibt es klare, getrennte Benutzer. Diese klaren, getrennten Benutzer können kontrolliert werden und es gibt auch andere Software und glauben Sie mir, ich habe schon viel gesehen, wo wirklich der Hauptprozess dann mit erweiterten Privilegien läuft, wird der einmal abgeschossen, ist das Ding offen. Das ist im Übrigen auch eines der Architekturschwächen. Also nehmen Sie einfach hier in Google her, packen Sie rein Microsoft Exchange Security. Ich habe das wirklich, ich weiß nicht mehr, von einer Woche oder so gemacht und klicken Sie auf News bei Google. Dann werden Sie sehen, dass es Millionen an Beiträgen mittlerweile dazu gibt. Natürlich oftmals dupliziert und über News Aggregatoren weiterverteilt, aber Microsoft Exchange und Security, das sind Wörter, die sich immer mehr leider weiter ausschließen. Microsoft versucht dem entgegen zu gehen, durch die Methodiken, die Sie halt jetzt sagen, wenn du Subscribed Customer bist, dann hast du ja auch diese Realtime Protection mit dabei. Das heißt, Sie reliant mittlerweile auf Ihren Produkt, um es sich sicher zu bewerben, auf einen Cloud Service, um Mitigations für Zero Days zu machen. Ob man das für sinnvoll erachtet. Ich bin schon gespannt, wann der Linux oder Linus Torwart sagt, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir auch. Schwachsinn. Letztendlich, die Anbindung ist auch ein wichtiges Thema. Microsoft Active Directory, Open LDAP, Samba 4, Other und Internal User Management. All das kann über die API gemanagt werden. Wie ich schon gesagt habe, Multi LDAP, ganz wichtiges, ein geniales Feature. Das sorgt dafür, dass auch eine Hosted-Umgebung damit sich wunderbar abbilden lässt. Und zwar besser, als mit jedem anderen Produkt, das ich persönlich gesehen habe. Wie migriert man jetzt die Daten? Nun, man kann von Cloud oder On-Premise migrieren. Sprich, es gibt dieses New Export Mailbox Request als Request, was Sie absetzen können gegen Exchange Online. Das generiert Ihnen eine PST. Es gibt tolle Skripte, die das automatisieren mittlerweile. Da muss man auch dazu sagen, das wurde kontribuiert von einem Partner von Grommunio. Den Namen lasse ich sogar herausstechen. Das ist der Herr Hofstädtler hier. Also es ist ein cooles Tool. Es ist ein PowerShell-Ding, was halt wirklich nativ aus dem Exchange raus oder auch aus der M365 Postfächer exportiert. Und das, was er exportiert, wird in Grommunio importiert. Und das geht wirklich Hand in Hand. Also das ist nichts, wo ich sagen muss, ich muss da jetzt manuell irgendwas dahinter bauen. Es geben PSTs. Das ist sozusagen das Vehikel. Denn PST ist als, wenn man in der MAPI-Welt spricht, das einzige wirkliche Vehikel, was alle Attribute in MAPI abdecken kann. Es gibt verschiedenste produktbasierte Importe mittlerweile. Und es gibt auch eben den Klassiker über IMAP und DAF. Grommunio bietet da auf Basis von, ich glaube einem Franzosen, Grommunio IMAP Sync an, was so ein bisschen getunt ist darauf, dass es halt mit Grommunio per IMAP eine einfachere Migration gibt. Und ich kann sagen, wir haben mehrere, hier muss jetzt wieder für meine Gegen, sorry, ich bin seit drei Tagen hier. Aber letztendlich aus vergangenen Migrationen, die ich bereits durchgeführt habe, kann ich sagen, die laufen echt gut. Also da geht es halt wirklich, man kann es runterdrehen auf eine Downtime von einer Stunde und das für eine große Useranzahl. Das ist nicht so leicht. Wirklich. mit Mail-Routing umstellen und so weiter und so fort. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, Scalability. Also die eine Million Users habe ich persönlich pro einer Installation noch nicht gesehen. Aber ich muss ehrlich sagen, von all dem, was ich auch gesehen habe, selbst schon, ist es durchaus der Realität zu entsprechen. Also eine lineare Skalierbarkeit, wer sich so ein bisschen mit Mathematik auseinandersetzt oder mit der IT-Mathematik, nenne ich es gerne, der weiß, dass lineare Skalierbarkeit ein unglaublich schwierig ist. Unterfangenes, denn man hat mit jeder Iteration, jedem Knoten, den man dann hinzufügt, hat man natürlich ein Overhead. Dieser Overhead, der ist natürlich existent, aber er muss klein sein. Das heißt, die Auswirkungen, eine Umgebung zu vergrößern, muss möglichst minimal gehalten werden. Und dazu muss man sagen, dass diese Art und Weise, wie Grommunio aufgebaut ist, wahnsinnig effizient ist. Sprich, RPCs werden redirected auf Basis von Autodescover. Autodescover holt sich die Informationen aus der zentralen API. Die API kann hochverfügbar gemacht werden und schafft wirklich, ich weiß jetzt nicht die Zahlen auswendig, aber enorm viele Requests. Also kurzum, das Zeug funktioniert einfach. Es lässt sich eigentlich überall einsetzen, was man vorhat. Ja, was eben genial ist, ist das ganze Thema der API. Sprich, es gibt eine Management API. Über diese Management API lassen sich Benutzer anlegen, Gruppen anlegen, Organisationen anlegen, Mailinglisten, Shared Mailboxes, you name it. Alles kann über die API gemanagt werden. Das heißt, dieses Admin-Web, glaube ich heißt das, also die Web-Administrationsoberfläche, die spricht auch nur die REST API. Sie tut es halt in schön. Ja, also sprich, Klick, 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 hinzufügen, fertig. Und der macht dann hintenrum seine API-Requests und das Ding läuft. Wer CLI bevorzugt, das Ding heißt grommunium-admin und ist für diejenigen, die skripten wollen, definitiv eine bessere Geschichte. Und es gibt sogar, ich habe es selbst nicht ausprobiert, aber ein Mitarbeiter oder ein Kollege von mir, der hat die PowerShell API genutzt und der legt seine Postfächer per PowerShell an. Ja, man war halt schon Exchange, schon so gewöhnt und da wollte man nicht von der PowerShell weg. Jetzt macht er seine grommunium-Mailboxen mit der PowerShell API. Das ist schon sehr geil. Es gibt damit entsprechend einen zentralen Punkt, wo alles administriert wird, egal ob das System, Organisations- oder Domain-Admins sind und dementsprechend auch diese eine Single Point of Configuration. Ich habe einen Überblick über die gesamte Umgebung. Jetzt ein bisschen was Technischeres. Ich habe viel jetzt über die Vorteile gesprochen. Man kann hier jetzt sehen, wie sich das aufteilt von der reinen Programmiersprachenwelt her. All das, was man hier auf der linken Seite sieht, also die Protokollimplementation, MAPI, HTTP, EWS, Autodescover, IMAP, all das ist in einem modernen Flavor von C++ geschrieben. Wir sind hier auf den Grazer Linux Tagen, aber ich kann so viel sagen, das Zeug funktioniert auch auf BSD. Denn es ist well written. Das war es nicht immer. Bei Gott nicht. Aber es ist unglaublich majorized. Ein Quell des Beweises lässt sich durch verschiedenste öffentliche Code-Qualitätsprüfer darstellen. Einer davon ist zum Beispiel Coverity. Wer Coverity kennt, weiß, dass Coverity dazu gedacht ist, ja, verschiedenste Tests des Codes durchzuführen. Security-wise, Race-Condition-wise, Memory-Access, all diese potentiellen Fehler, die auftreten können. Und ja, es gibt auch eine Rust-Movement, aber wenn es nach den Rust-Leuten geht, dann wäre heute der Linux-Körner gar nicht mal so nutzbar und wir reden hier sogar nicht mal von C++, sondern reinen nativen C. Also kurzum, es zeigt, hier wird nicht experimentiert. Hier wird fokussiert auf ein gutes modernes C++, auf eine Variante, die einfach auch von den Compilern dafür sorgen, dass es die klassischen Fehler, wie man sie eben mit schlecht programmiertem Code gar nicht erst so auftauchen können, auf Deutsch gesagt. Man muss da immer vorsichtig sein. Was man sagt, aber was ich damit ausdrücken möchte, ist es, es ist unified. Es gibt nicht hier mal ein bisschen Rust und da ein bisschen C und da haben wir noch C++ und den ganzen anderen Spaß schreiben wir in Go und das gibt es hier nicht. Es gibt den Web-Anteil, der ist im PHP 8, im modernsten PHP 8, sprich auch kompatibel mit PHP 8.3 und 8.4 und es gibt den Teil, der für den Kern zuständig ist und eben C++17. Und jetzt bediene ich mich ein wenig eines Screenshots eines heutigen neuen Kollegen, wo man sich mal anschauen kann, was es eigentlich an Arbeit ist. Das hier ist ein Teleric Fiddler Screenshot, in dem man mal sehen kann, was für Requests hier ablaufen. Und die Arbeit, die hier Gromunio reinsteckt, ist Groundbreaking. Ich sage es ehrlich, das hat kein anderer sich so in der Form getraut oder auch angetan auf Deutsch. Vermutlich ist es auch genau der Grund, warum es keine anderen MAPI-HTTP-Implementationen neben Gromunio gibt. Vermutlich ist das auch der Grund, warum es keine anderen Implementationen von EWS und Konsorten gibt. Das heißt, man muss wirklich tief rein, um diese Protokolle zu verstehen. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe auf der Entwicklerseite nicht das Verständnis dafür, aber auf der Exchange-Seite, durch viele Interoperabilitätsprojekte, die ich selbst betreut habe, weiß ich, was drin vorgeht. Also ich könnte es nicht entwickeln, aber ich kann Ihnen sagen, was da passiert. Und das ist enorm. Nochmal, wenn man das will, einfach mal Exchange-Protokolls eingeben. Diese Exchange-Protokolls, kommen Sie auf eine Microsoft-Seite, da gibt es einen Zip. Dieses Zip kann man sich antun, wenn man möchte. Das sind, ich glaube, ungefähr 100 Megabyte gepackt von lauter PDFs ohne Bilder. Also wie gesagt, 8000 Seiten plus. Wer also Bock hat, sich das anzutun und auch noch dabei auf die Probleme zu stoßen, dass halt nicht alles richtig dokumentiert ist, ja, da muss man auch ein bisschen hart gesotten sein. Und das sind die Jungs bei Gromunio. Das mit Sicherheit. Genau. Das war es auch soweit von meiner Einführung. Wir haben hier einen relativ schönen Stand, muss ich sagen, oder nicht relativ, einen sehr schönen Stand. Ich freue mich, Sie da begrüßen zu können. Ansonsten eröffne ich die Runde mit Fragen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Gut, ich bin schon offline. Das ist ein Magnet. Weil es mich vorhin gesagt hat, wir würden uns freuen, wenn Sie uns Stand besuchen. Wenn einige von euch eigene Firmen haben und gerne als Partner mitwirken möchten, haben wir da Möglichkeiten, wir würden uns freuen. Sonst holt es euch einfach ein T-Shirt und eine kurze Klaude unter. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke.